Da, haben Sie noch irgendwelche Fragen? Niklas Roth in Action. Tja, gute, gute, gute Nerven sind hier nötig. Und solche Manöver in der Höhe und das bei über 150, 160 kmh. Ach, da ist es, ist es etwas, etwas zu, ja ganz, ganz schnell Trostapplaus hier für Niklas Roth. Er hat alles gegeben. Er ist ja absolut etwas über seinen Limit hinausgegangen und hat dann leider den Boden mit dem Seitenleitwerk kritischiert. Das kann passieren, das ist aber kein großer, kein großer Schaden am Modell. Naja, vielleicht doch. Naja, das Seitenruder ist ein bisschen abgeknabbert. Okay, das kann passieren. Nicht ärgern. Ja, so ist das, wenn man spektakuläre Vorführungen machen will und immer sehr tief und etwas am Limit unterwegs ist, dann kann sowas auch mal passieren. Aber das ist von der Sache her nicht schlimm. Sie sehen auch, da geht in keinster Weise irgendeine Gefahr.